Wir wollten doch so ein lustiges Wochenende machen. Ohne dich macht das keinen Spaß. Hey! Du musst ehrlich zum Bahnhof fahren. Ja, der Zug geht ins 7. Kann mir auch ein Taxi rufen. Knoten, okay? Danke! Hast du damals in die Wüste geschickt? Ging nicht anders. Aber jetzt ist er ja wieder da.